Jeden Tag erfahren wir viel Neues und Interessantes. Was ist das? Ein neuer Automat in unserer Schule. Interessant! Welche Getränke wählen hier die Schüler? Wir machen ein Interview. Was trinken die Kinder lieber? Wasser, Cola. Sagt und Lima. Was ist besser? Was ist schlimmer? Wir machen dann eine Umfrage in der elften Klasse. Und bei den kleinen. Die meisten Schüler trinken am besten Cola. Unsere Forschungshypothese. Wir brauchen Hilfe. Wir gehen zum Schularzt. Was haben wir erfahren? Cola und Limonade haben zu viel Zucker, Koffein und Kohlensäure. Die Kinder sind zu aufgeregt. Sie können lange nicht einschlafen und morgens sind sie müde. Wir machen ein Experiment mit Cola und Wasser in der dritten Klasse. Umfrage am Anfang des Unterrichtes. Was trinkt ihr lieber? Wasser oder Cola? Die kleinen wählen Cola. Drei für Wasser, 22 für Cola. Wir machen ein Experiment. Wasser, Cola, Mendes. Sehr interessant! Los, wir müssen mit konkreten Ideen und Aktionen die Situation verbessern und die Schüler darüber informieren. Wasch маленьke Schwachigkeit испытывает solche... ...Poträsения. ...Poträsения. Unsere Ergebnisse. Wenn die Schüler zu oft Cola, Limonade, Eistee trinken, dann haben sie Probleme. Umfrage am Ende der Stunde. 20 für Wasser, nur 5 für Cola. Super! Fazit. Das Wasser ist die Coelle des Lebens. Denken Sie daran und achten Sie auf Ihre Gesundheit. ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020